Auf dem kürzlich erfolgten Investors Day von Tesla haben wir neben wunderbaren und wertvollen Einblicken in die Firma, in die Prozesse und in die Zukunftsausrichtung auch den Masterplan 3 vorgestellt bekommen, der ja in die Richtung erneuerbare bzw. regenerative Energie und natürlich auch eine enorme Skalierung geht. Bevor wir uns das anschauen, nochmal ein kleiner Recap in einen Rückblick. Was war denn Masterplan 1 und Masterplan 2? Bei Masterplan 1 war quasi einfach nur das ganze Line-Up von den Modellen erstmal auf den Stand bringen, wie wir sie heute haben. Man baut sich ein sehr, sehr teures Auto, was natürlich nur kleine, kleine Kundenbasis anspricht. Das Geld, was man daraus verdient, nimmt man, um eine größere Kundenbasis anzusprechen mit einem günstigeren Auto und immer so weiter. Und dann sind wir quasi in dem ganzen Line-Up, wie wir es jetzt haben, angekommen. Und Masterplan 2 war eher in die Richtung autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und Energiespeicherung bzw. Erzeugung. Das läuft ja demnach auch. Und ja, da gab es eigentlich nur Probleme in dem ganzen Sektor mit dem Solardächern. Und ich denke auch, in Zukunft wird sich das auch nicht so wirklich, gerade was auch dort dann wirklich mal die Konkurrenz angeht, nicht bessern. Da ist er aus China zum Beispiel oder dann jetzt auch mit der neuesten Energiegeneration aus Deutschland, ja, mit den ganzen Wirkungsgraden Tesla, glaube ich, noch ein bisschen hinten an. Aber der Rest läuft sehr gut und in Masterplan 3 soll das eben jetzt in eine enorme Skalierung münden, gerade was die Energiespeicherung angeht und dann auch nochmal die Skalierung von den Elektroautos. Aber schauen wir uns erstmal an, was hat Tesla dort als Weg aufgezeigt, was wird gebraucht. 240 Terawattstunden in Energiespeicher, 30 Terawattstunden in regenerativer Energieerzeugung. Und dann insgesamt, um auf dieser Null-CO2-Wirtschaft anzukommen, 10 Billionen, also deutsche Billionen, englische Trillionen Dollar an Investments eben in diese ganze Infrastruktur, in die Netze, in den Ausbau. Und wenn man sich das Ganze mal perspektivisch ansieht, dann sind das ungefähr 10% des globalen Bruttoinlandsprodukts, was jetzt letztes Jahr erwirtschaftet wurde. Oder auch knapp über einem Drittel, was für die ganze Exploration, die Ausführung bzw. die ganze Möglichmachung von Kohle, Gas und Öl, Infrastruktur, Förderung und Nutzung eben in den letzten 20 Jahren ausgegeben wurde. Und wenn man eben diesen Masterplan jetzt auf eine Sicht von 10, 12, 15 Jahren sich anschaut, sind eben diese 10 Billionen gar nicht mehr so viel und auf jeden Fall möglich. Ja, also ein Weg, der aufgezeigt wurde, der natürlich laut Elon Musk natürlich auch nochmal den Leuten ein bisschen Hoffnung geben soll. Und wenn das von den Zahlen her stimmt, dann ist das auf jeden Fall machbar für die Welt. Wie setzt sich jetzt quasi das Ganze zusammen, dieser Shift von der fossilen Energieverbrennung und Erzeugung hin zu einer regenerativen Energieerzeugung? Da müssen wir natürlich auch erstmal den Energiesektor primär angreifen, was die Erzeugung und die Speicherung angeht. In der Präsentation wurde gesagt, dass bisher 80% der globalen Energie mit Verbrennung von fossilen Energien funktioniert. Das heißt, wenn man dort diesen Sektor disruptiert, umbaut, hat man einen enormen Wirkungsgrad eben auf das ganze Thema Klimawandel. Und man sagt hier eben, 35% von diesem ganzen Plan bzw. von der Wirkung ist in diesem Sektor zu finden. Wenig überraschend auch, ja, dann der zweite ist eben der Umbau von Verbrennern zu elektrischen Fahrzeugen, 21%. Und dann haben wir nochmal den ganzen Rest mit Wärmepumpen, chemischer Energie und dem Transport über Flugzeuge und Boote. Warum Tesla ja meiner Einschätzung nach eher nicht so präsent sein wird, sondern eben hier in diesem vorderen Segment mit der Energieerzeugung, Speicherung und eben den Elektroautos, was ja auch wenig überraschend ist. Wenn wir uns das ganze Bild, ja, groß anschauen, dann sehen wir natürlich mit diesem ganzen Shift, mit dem Umbau von der fossilen Industrie und Energie, ja, auf Solar, auf Wasserkraft, auf die Windenergie, natürlich Notwendigkeit, das Ganze auch zwischenspeichern zu können. Einmal für die Ausgleichung am Netz und an der Nachfrage und natürlich auch als Sicherheitspuffer und dann natürlich auch der Energieverbrauch, der durch die Menschheit, die Elektrifizierung und auch eben durch diese ganzen Megatrends, Digitalisierungs, Smartphones, hast du nicht gesehen, natürlich alles steigt und dann in so einer exponentiellen Kurve hier eben mündet. Also Tesla dort auch wieder sehr, sehr gut aufgestellt, was auch das Produkt-Lineup angeht. Immer größere, immer bessere, immer fähigere Produkte, die hier an den Start kommen. Wir haben jetzt eben hier das Megapack 2 XL bzw. 2 gelauncht gesehen, jetzt Mitte letzten Jahres, was auch einer unglaublichen Nachfrage mit sich zieht. Da wurde jetzt eigens eine Fabrik dafür gebaut, die eben dieser Nachfrage aber auch immer noch nicht nachkommen kann. Also Tesla hier auch mitführend bzw. mit einem unglaublichen Produkt-Lineup, wo jetzt auch nochmal in diesem Jahr neue Produkte rauskommen, die das Ganze nochmal unterfüttern. Und ich denke, man hat hier auch so ein Shift quasi in dem Unternehmen drin, dass man vorher diese Fahrzeuge gehabt hat, die das ganze Thema Energiespeicherung und Erzeugung so ein bisschen quersubventioniert haben, die jetzt aber an so einem Kipppunkt sind und selber unglaubliche Mengen nicht nur an Umsätzen, sondern auch an Gewinn in das Unternehmen speisen und zukünftig natürlich dann auch die operative Marge des Unternehmens sehr, sehr kräftig stützen können. Dann neben der Energiespeicherung natürlich auch ein großes Thema bzw. eigentlich nur noch der eine Punkt, der Elektroautos angreifbar macht und zwar dieses ganze Thema Ladeinfrastruktur. Da ist Tesla natürlich auch sehr, sehr groß am Umbau bzw. am Ausbau beteiligt, hat jetzt auch schon einige Supercharger der Öffentlichkeit, also nicht Tesla-Fahrzeugen zur Verfügung gestellt und implementiert jetzt hier immer neue Wege der Software, um das so bequem wie möglich zu machen. Hier hat man zum Beispiel eine App, wo man sieht, wie viele Minuten man dort warten muss, wenn man dort ankommt. Also ja, super, super cool, da hat man ja natürlich diese Routenplanung noch mit drin. Es wird einfach immer nur besser und dann auch nochmal für die ganze Taxi-Sparte bzw. auch so Uber und was das alles angeht und natürlich auch für die Leute zu Hause wird Tesla jetzt immer mehr auch zu einer Art Utility, also zu einem Versorger. Nämlich hat man hier auch in Texas dann angekündigt, weil man dort auch Solar sehr ausgebaut hat, dass man den Leuten dort einfach jetzt mal anbietet. Sie können so viel ihre Fahrzeuge über Nacht laden, wie sie wollen, für 30 Dollar im Monat, was natürlich ein No-Brainer-Move ist. Besser als das geht es einfach nicht. Dann switchen wir rüber ins zweite Segment und da ist wenig überraschend natürlich das ganze Thema Elektrofahrzeuge. Wir haben hier das Line-Up, was eben besprochen wurde, natürlich so wie es heute ist. Dann in Zukunft soll hier noch ein Fahrzeug kommen, was ungefähr 300 Millionen mit dem Cybertruck an Nachfrage global hat und dann nochmal ein kleineres Fahrzeug mit 700 Millionen Nachfrage, also insgesamt nicht pro Jahr selbstverständlich, sondern global auf der Welt gesehen. Ja und hier vermutet man eben, dass dieses insgesamt 700 Millionen potenziell verkaufbare Fahrzeug dann eben dieser Kleinstwagen wird für 25.000 Dollar und dann hier eben ein Van, der noch für die ganze Gewerbe, Kleinstgewerbe, Mittelständler irgendwann eventuell noch vorgestellt wird. Aber irgendwie war das auch so von vornherein mit der Präsentation ein bisschen belastet. Wir hatten sehr, sehr viele Investoren bzw. auch Medienhäuser, die gesagt haben, ja wow, da kommt jetzt unglaublicherweise das 25.000 Euro Fahrzeug oder Dollarfahrzeug, was vorgestellt wird. Und ja, zu aller Überraschung ist es natürlich nicht gekommen, aber es wäre auch sehr dumm gewesen, jetzt eben hier hinten diese Fahrzeuge vorzustellen. Und der Grund dafür ist der Osborne-Effekt. Nur nochmal ein kleiner Seitenausflug. Was ist der Osborne-Effekt? Man hat ein Geschäft, das gut läuft, man verkauft Produkte, sehr, sehr stabile Nachfrage. Dann kündigt man ein super Produkt an, also was viel weniger kostet, wo aber die Fähigkeiten des Fahrzeugs genau dieselben sind oder sogar noch besser sind. Was passiert? Die Leute kaufen quasi deine alten Produkte nicht mehr, canceln ihre ganzen Vorbestellungen und warten auf dieses neue Produkt, weil es ja viel, viel besser ist. Das heißt, der aktuelle Verkauf implodiert und wenn man es ganz schlecht gemacht hat, dann geht die eigene Firma pleite, bevor man überhaupt dieses super Produkt an den Markt bringen kann. So, und was haben die Leute jetzt von Tesla erwartet? Man hat eine super stabile Nachfrage auf die Basismodelle und jetzt soll man ein super Modell, ein super Produkt ankündigen, mit noch besseren Features oder noch besserer Verträglichkeit. Also das ergibt jetzt wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Perspektivisch natürlich, ja, 25.000 Dollar Fahrzeug, klar, aber man hat es momentan überhaupt noch nicht nötig. Wenn man sich hier zum Beispiel auch mal das Model 3 anschaut, hat man ja bisher immer so einen Aufpreis bezahlt gegen die durchschnittlichen Preise, die man in den USA für ein Auto, für ein normales Fahrzeug quasi bezahlen musste. Aber sieht jetzt hier, mit der Zeit 2020 bis 2023 ist es immer günstiger geworden, beziehungsweise ist es jetzt sogar günstiger, sich ein Model 3 zu kaufen, denn als ein Durchschnittsauto in den USA. Und wir sehen auch, das Model Y wird immer, immer attraktiver. Also die Nötigkeit ist einfach nicht da, dieses 25.000 Dollar Fahrzeug jetzt rauszubringen, rauszubringen, ja, weil einfach die Nachfrage nach den Basismodellen ja so gut ist und man sich diesen Osborne-Effekt einfach nicht ins Haus holen möchte. Tendenziell, ja, wir haben ja hier auch im Masterplan quasi gesehen, sollen nochmal diese Fahrzeuge kommen, besonders dieser Kleinstwagen, was auch super viel Sinn ergibt, wenn man sich das jetzt hier von ARK Invest nochmal ein bisschen Research anguckt, dann sehen wir hier, je günstiger auf der X-Achse diese Fahrzeuge werden, je mehr Nachfrage, je mehr Marktanteil auf der Y-Achse kann man sich sichern. Und wenn wir hier bei einem 25.000 Dollar Fahrzeug sind, dann haben wir hier fast 70% der Marktnachfrage. Also unglaubliche, beziehungsweise nicht bedienbare Nachfrage, die in Zukunft dann auch noch auf Tesla zukommen wird und wo die Skalierung dann auch erstmal einen Punkt erreichen muss, um diese Nachfrage überhaupt zu bedienen, die wahrscheinlich gar nicht erreicht werden kann. Selbst, ja, Tesla geht ja davon aus, dass man 20.000 Fahrzeuge bis 2030 produziert und 20 Millionen Fahrzeuge würden hier von einem Markt der 50 bis 60 Millionen Autos pro Jahr verkauft. Davon 70% würde man, ja, das Ganze fast nicht decken können, selbst mit der Skalierung, die man anstrebt. Ja, das ist Masterplan 3. Enorme Skalierungen, was die Energiespeicherung, den Ausbau auch von Infrastruktur angeht und dann natürlich perspektivisch den Ausbau auch nochmal auf super zugängliche und günstige Fahrzeuge. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr aus diesem Tag gezogen habt, ob ihr enttäuscht seid oder ob ihr dort, ja, Überraschungen erlebt habt. Ich werde da auch noch ein paar Überraschungen, die ich erlebt habe, weiter ausführen. Deswegen lohnt sich es dranbleiben. Gerne liken, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.